Die Firma Zander Freiburg ist ein Teil der Zander-Gruppe. Diese ist eine der führenden Großhändler der Elektro-, Sanitär- und Heizungsbranche. Unsere Kunden vertrauen darauf, dass sie mit unseren Produkten und Serviceleistungen ihren Erfolg steigern. Und für diesen Erfolg sind unsere Mitarbeiter mit vollem Einsatz da, an über 100 Standorten. Zu diesen gehören auch einzelne der modernsten bzw. größten Logistikzentren der Branche. In Summe stehen unseren Kunden über 120.000 Artikel lagerhaltig zur Verfügung. Innerhalb des Logistiknetzwerks der Zander-Gruppe betreibt Zander Freiburg ein großes Zentrallager am Freiburger Hauptsitz und weitere Standorte in Kempten, Lindau und Wehr. Was genau tun wir für den Erfolg unserer Kunden? Nehmen wir zum Beispiel die Tatsache, dass sich die Welt gefühlt immer schneller dreht. Deshalb sorgen wir für hohe Geschwindigkeit und Genauigkeit unserer logistischen Abläufe. Und wir bieten viel mehr als einzelne Artikel schnell und pünktlich von A nach B zu bringen. Wichtig bleibt dabei der Kontakt von Mensch zu Mensch. Als inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen schätzen wir den persönlichen Umgang mit unseren Partnern aus dem Handwerk, dem Handel und der Industrie. Unsere geschulten Mitarbeiter stehen mit Service und Beratung zur Seite. Unsere Kunden profitieren von fachlichen Schulungen zu neuen Themen, professioneller Planungsunterstützung und auf Wunsch sogar der Beratung ihrer Endkunden in unseren Ausstellungen. Basis unserer Beratungskompetenz ist die fortlaufende Weiterentwicklung unseres eigenen Teams. Sie beginnt schon mit der sorgfältigen Auswahl und gründlichen Ausbildung unserer Nachwuchskräfte. Die Zukunft tickt digital. Deshalb ist für uns der Einsatz von virtueller Realität und künstlicher Intelligenz genauso selbstverständlich wie der Umgang mit großen Datenmengen. Robotik verstärkt das Team im Lager und sorgt für fehlerlose Abläufe. Doch wir halten nicht nur Schritt mit der digitalen Innovation. Wir gestalten sie aktiv mit. Zum Beispiel in einem Digitalisierungs-Thinktank, in dem branchenweite Entwicklungen vorangetrieben werden. Dabei steht der Kundennutzen der Digitalisierung für uns im Mittelpunkt. Wir helfen unseren Kunden mit unseren Lösungen Zeit zu sparen, optimieren gemeinsame Abläufe, liefern Profiprodukte auf den Punkt und sind immer persönlich für unsere Kunden da. In unseren Lichterweltenausstellungen zeigen wir moderne Lichtlösungen und Elektrotechnik in Anwendung. Ein Treffpunkt, den unsere Kunden für ihre eigenen Kundengespräche nutzen können. Oder für Gespräche mit Planern, Architekten, Herstellern und den Thunderprofis. Wir begleiten Projekte mit unseren Lichtplanern und Technikern von Beginn an. Dabei unterstützen wir unsere Kunden mit CAD und 3D-Planung, Bemusterungen und mit Fachberatung in den Ausstellungen. Mit Geschäftsführung und Führungskräften vor Ort sind wir nah bei unseren Kunden, sind persönlich erreichbar und haben kurze Entscheidungswege. Wer in Zukunft bestehen und wachsen möchte, braucht starke Wurzeln. So jedenfalls sagen es Friedrich Wilhelm und Hans Hartwig Hör, in vierter Generation Inhaber und Geschäftsführer der Zandergruppe. Mit Standorten zwischen der Nordsee und den Alpen und rund 140 Jahren Erfahrung sind wir fest verwurzelt. In der Tradition der Branche, aber auch in der Bereitschaft immer wieder Neues voranzutreiben. Denn die Zukunft gestalten wir selbst. Für und mit unseren Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern.